das wäre tatsächlich ein guter cliffhanger schwimmen skillen das geht ja es hört sich nach dem plan an oder nicht für ihn aber das problem ist dass er weiß wo ich wohne mir fehlen noch fünf holz drei holz hat jemand drei holz na guck mal ins boot ich glaube ich hatte welche in storage gepackt magst du sie mir geben ich war eine elektrische hinter die erste vor sich schmissen das passiert mir ständig seitdem habe ich die taste umgelegt so ich gehe mal zurück und erkläre mich weil dann können wir los oder wir gucken jetzt noch mal in die sonne wie spät das ist in schlafen wahrscheinlich dass sie ein klick gemacht was sinnvoll ist und schmiedet das ist auch das ist sinnvoll ich habe nichts zum schmieden da so die dinge da rein da war trophäen die sind schon voll das ist das so ich brauche ich brauche die küche wo sanierte küche hier aber wo ich drinnen wird jetzt weiter pro ist genau die andere die da rein willst du wahrscheinlich auch in die drei in der reine leistet sind nicht in die fleischkiste sondern nicht beschriftete kiste zu den anderen die da rein richtig wieso musste wissen habe ich ein bisschen zeug trank gut hungrig bin ich eh dann gehen kurz mal ins bett ach dieses heuer ist schon wieder aus verdammt sorry dann habe ich das dach wahrscheinlich super schlecht gebaut naja oder das holz war einfach leer ich müsste es ewig brennen ich habe noch mal holz nach sicherweise haben wir hier auf dieser insel kaum holz ich bin noch hä er hat mich doch ausquartiert wir haben nicht nur an die neue stelle quartiert du darfst quasi das innovative wohnen schon heute erleben darf das hier quasi alles einweilen lass die hose an ja das mit dem schlafen hat gut funktioniert jetzt ist es bei mir das spiel abgestürzt ja macht nix das wollen wir doch nicht so stimmt reine gewohnheit na du grauling wir müssen aber echt nochmal über die positionierung unserer brutalen Dumping das eine war ja auch eher so ein Pity schimpft doch nicht übern Sati der wollte mich abholen damit ich sicher am ziel ankomme genau ich wollte ihn grauling erlegen bevor er mich fragt genau was auch immer er tut keine ahnung dass er die immer gleich schimpfen muss oder wollte ich den grauling erinnern ja komm mach ihn ja der otter und ich warten wo ist denn die Schmiede ach das ist echt er ist wieder zuletzt wo ist die Schmiede ach genau Schmiede ich wollte mein Zeug noch reparieren äh das ist das Gebäude vor dem Portal ja ich hab's erfunden ne 70er wehrt sich gar nicht dass ich seine Sachen verschleudern will ne ich glaube er hat einfach resigniert das ist okay er sucht sich bestimmt schon ein neues Spiel los geht's ich hab gehört Life is You is gut ja das ist auch Risen Architekt ist auch gut wenn man den guten Schmiedsorfer hat oh man sie wird die Rache schon spüren nein ist klar was er jetzt damit meint das weiß ich nicht du wirst es spüren äh Otter du hast ne Schlüssel ja das Skelett von hinten von rechts hier sind wieder ein Haufen Grauzwerge warum hat Biene denn schon wieder Mist ähm ähm Otter machst du mal die Trauxi weg äh ja die Trauxis kann ich aber noch nicht blocken aber mal gucken ja aber du kannst du hast das bessere die bessere Waffe zum zum Zermetzeln au okay aber Glitty wir kämpfen vielleicht hilfst du uns mal Glitty schießt auf die Würmchen ja ich hab nen Traux weggeschossen äh ich brauch einen Stellfeuerbogen die Viecher vermehren sich schneller als ich sie erschieße sag mal was hast ach dein Schwert ist Stufe 1 ne ja ist ja verblüffend ich hab das Gefühl der ist genauso effektiv wie mein Dreierknüppel das in etwa kommt da zu ja macht ein Schatten von 55 also effektiv ähm 18 bis 35 also bei mir steht das Spiel nicht mehr es tut mir leid ich kann euch jetzt das Ding nicht mehr geben das ist das Schwert und das ist auch passiert kannst du ja nichts machen ich würde zu euch ausschließen sobald ich das Lager verteidigt habe weil es macht keinen Sinn wenn ich alleine rumrenne vor allem nicht als Bogenschütze ohne Nahkampfwaffe oh verzeihung ich habe ein äh Feuersteinsschwert der Stufe 1 das ist so kein ich melde mich überhaupt nicht die installieren installiert bei mir macht es und euch doch schöner und ja auch tschüss und danke fürs Lassen bis deine tschau danke fürs Lassen ich könnte äh was für Saugwürmer denn hier oder Flundkriege oh Glitty das passt so überhaupt nicht Steller schießt natürlich Skilling der hab ich doch gerade dabei nicht dass ich Sat nicht zugehört hätte aber was hat er gesagt dass er irgendwas von Dex machen lässt muss und dann spricht Glitty von Saugwürmern ja und ja und oh Sati ist da hallo habt ihr über mich geredet ich hab so ein Krill in der Nase nein los geht's du bist du den Saugwurm hast äh danke dein ha 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 Seid gegrüßt danke für euren äh Raid und ja Schlündigel äh Saugwurm äh Skelett Skelett zwei Stück äh Trauger und Schleimbolzen da ist noch ein Trauger äh 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 wie war euer Stream wie geht's oh ja mit zwei Trauger haha äh ist ich denn gestorben? das war ein Bonhilze Trauger ich hab gar keinen gesehen der war hinter dir so au ich werde jetzt ins Welt gehen damit der 79er seinen Loot holen kann ich verschwinde mal an den Rand des Sumpfes weil ich bin tot hey äh wollt ihr mich verarschen? da ist ein zwei Sterne Trauger ja ich bin auch tot äh Satorus lass dich dich fressen zu spät ja das Problem ist dieser zwei Sterne Trauger hat mir glaube ich 80 Hitpoints abgezogen ja ich hab mich gerade umgedreht und dann war er quasi auch schon bei dir ja er hat ja Unscherfahrer erschossen ich hab mich gar nicht gesehen ja ich hab ihn gesehen äh in dem Moment haben sich alle anderen umgedreht um äh den Schleim zu töten was ja auch sinnvoll ist ja aber ganz ehrlich mit der Axt macht das absolut Neue richtig den Schleim zu töten ja ich hab da bestimmt so warten wir noch auf Nummer 4 naja warum du das überhaupt machst ich hab doch mit meinem Knüppel ordentlich Schaden auf das Schleimding gemacht ja aber ich stand ja daneben naja hättest du ja mit der Axt den Trauger töten können ich habe keinen Trauger und schon ist der Glitty wieder schuld ich habe keinen Trauger gesehen du brauchst gar nicht diskutieren dann hast du jetzt Zeit für uns ja offensichtlich wie war der Stream wie geht's euch was habt ihr gespielt da unten ist irgend so ein Grauling ah Witsche mal wieder das ist ja schön das das wird so gut das wird richtig das wird so echt oh da sind vielleicht nicht sofort einregen ja das ist vor allen Dingen da ist auch noch ein Einser und ein Zweier also ein Nuller und ein Zweier Stundegel die Egel sind ja Wumpe ja ich bin als ich gesehen habe ich bin leicht vergiftet habe ich mir gedacht ich renne mal Richtung Sumpfende da ist der Trauger übrigens immer noch er kommt wir sollten uns jetzt zurückziehen das könnt ihr natürlich nee vergiss das der zerlegt uns einfach wie gerade eben auch so habt ihr überhaupt schon mal eine Griff da hier gefunden das hier ist neuer wir suchen das ist quasi Deutschland äh Neuland ach okay willkommen im da ist doch äh drauf ja ein Nuller und ein Einser wo ist der Nuller der ist glaube ich gerade gestorben der ist schon tot ne das war ne Einser genau der Nuller der ist kurz davor gestorben achso der hat ein kurzes äh kommunikieren mit meinem Schwert ne ich glaube da geht es nur wieder hoch wir hatten vorher einen anderen Sumpf der hat aber direkt an die Plains angegründeten grenzt das war nicht so geil nee dass sind die Kobolde regelmäßig vorbei gekommen was schießt von hinten da hinten kommt ein Trauer an ein Null der weicht aus oh was schießt denn hier von hinten oder ach Zati also Zati wenn es dir keinen Schaden macht und dich nicht trifft dann bin ich das und auch sonst nichts trifft das liegt aber auch nur daran dass hier die Viecher die ganze Zeit hin und her schubst guck das habe ich getroffen das war ein sauberer Treffen das muss ich zu tun also graulig hinter dann wächst nicht halt irgendeine hacken wir los wow hat so sehr viel geklappt äh so wie jeden Dienstag hat Julia versucht sich fressen zu lassen äh ja bis klar ja wir auch ah Drago und Skelett ich eile ich schwimme da hält sich noch einer ein Stern wird tot ach da hinten das ist doch scheiße das ist ein bisschen schwierig ja oh 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 alter direkt mal die Hälfte ab oder lass dir mal hier aufs Land kommen dann hauen wir uns zu zweit drauf ja da drin ist noch ein Schlundegel ja dann warten wir doch mal ganz kurz auf Cliti hm Cliti's Hobby ist auch immer sterben äh Sterling hinter dir Biene zwei ja sogar ich bin der, der ist erwischt so ich habe jetzt meinen Trank aktiviert ist das da hinten ne das hatte ich auch gerade bevor ich und so ja es ist praktisch hast du noch welche mit gehabt sonst müsstest du dir mal noch welche mitbringen ja ich habe noch einen oder zwei ok na ich habe dann noch einen wenn der durch ist ich habe insgesamt einen dabei bin aber eben schon wegen Gifts gestorben also von daher ich weiß warum ich ihn bewirzen könnte wollen wir die Zeit vielleicht nutzen und erbunden können wir machen ob hier eine Krypta ist könnte er machen ja gibt es dann ein Zeichen Cliti ich glaube am Wasser war eine wenn ich das hier gesehen habe da wo der Zweier Orgo am Wasser Trauger ist also in Richtung Wasser in Richtung Wasser in Richtung welches Wasser wenn wir auf einer Insee stehen in Richtung Süden wir haben Sumpf zu sagen in Richtung Wasser ist jetzt nicht äh Würmchen da wo nicht mehr Sumpf ist ja ja das Problem ist dass die immer so unten das ist bisschen doof Würmchen sehe ich schon gar nicht mal als Gegner irgendwie bis sie dich fressen da drüben sehe ich eine Fackel ja hier ah nein das ist ähm ja ein Bergfrauger ja äh dann lass uns da nicht hingehen ja ich glaube meine Sachen wieder oh das war doch fast ein Headshot so eine Stunde eh weniger schauen wir mal ob wir die andere einhalten können was ist das das ist ein Schleim ähm ja hier so ein kündig mit Krypto ne vor allem ist ja so ein 4 schon jetzt fertig plopp 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 fällt mir ein ich sollte das da er wo war komm her ploppy plopp 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 ach tag doch mal die Biene neben mich ich bin viel zu jung zum sterben und er ist tot ja ich glaube das einzige was da zu sehen war noch ein ploppy war der Berg Traugurs oh guck mal da ist noch ein ploppy plopp plopp komm her noch einer noch ein ploppy ach hier das ist schon geil mit der Keule hier leuchtet ein bisschen hier leuchtet ein bisschen hier leuchtet ein bisschen das ist meine Aura Otter krühen wir die Hoffnung ne ja ja auch die hier so lange sein wird zur gewohnheit glaubt hier ist doch noch einer oder 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 ne schon wieder Black Forest oh ey ich hab die Praxisbeet genommen was sagst du Otter? ich dachte hier ist noch was aber hier schon wieder Black Forest ja da ist nix los hier Untertitelung des ZDF, 2020